so und da sind wir wieder bei einem neuen display ja ich bin auch dabei wir hoffen dass das mit der mikrofon qualität alles funktioniert dass jetzt keiner von uns zu laut oder zu leise ist und ja wir spielen new super mario brothers you ein spiel was der liebe mega terras extra geholt hat jetzt willst du noch was dazu sagen ja ist halt so eine nintendo selects edition es ist halt nicht nur new super mario boss u sondern auch wie man sieht nur super luigi u und hier habe ich auch schon angefangen wollte halt ein bisschen testen und hier kommt man dann auf new super luigi umstellen aber wollen wir gerade nicht erstmal normal mario ach ja für die es noch nicht gemerkt haben wir sitzen gerade nebeneinander ja tatsächlich ja wir haben uns da getroffen ich glaube ich bin jetzt spieler 1 nochmal drück du jetzt einfach da auf 2 ich bin ich glaube du musst auf allen kontroller gehen weil das tablet zählt ja sowieso schon ja aber ich weiß nicht ob ich dann ich glaube schon ich glaube nicht wir müssen da vielleicht gleich noch etwas umstellen ich höre auch nichts ich höre auch nichts du hast echt nichts ich höre nichts ich höre auch ich höre ja immer video gamepad aber das macht gerade keine geräusche ok ich höre auch ich höre auch nicht ich wackele nur mit dem kopf ok das ist irgendwie komisch irgendwie ja weil du möchtest keine solik-kopfdauer haben nee nee das wäre dann irgendwie komisch Da hörst du ja nix. Ich hör gleich bestimmt wieder was. Okay. Egal. Man hört grad nur lachen und Piranha-Pflanzen schlafen. Määääh. Und irgendwie... Hä? Ich kann auf Plus und Minus drücken. Spielerauswahl? Vielleicht muss ich doch nur... Drück mal Plus? Habe ich schon. Also ich kann wohl nicht mit dem... Ryu Gamepad. Oder doch. Gamepad verwenden. Okay. Jetzt bin ich Spieler und jetzt hör ich auch was. Okay und wenn du jetzt auf Menü drückst. Spielerauswahl. Das heißt entweder... Okay. Ähm. Dann würde ich sagen wir machen kurz hier ne Pause. Ich hole mir im Ryu... Äh gerne Refamillierung halt einfach. Und dann können wir halt eigentlich auch beide hören. Ja. Ja dann äh... Bis gleich. Bis gleich. So jetzt haben wir's geschafft. Ja. Äh ich hab eben ne Refamillierung von oben geholt. Ich darf laufen. Kannst du auch laufen? Nein. Ich bin so wie Luigi. Einfach nur der der blind Mario folgt. Ja. Vor allem das passt halt einfach perfekt zu uns. Ja. Erstmal kurz die Schneiderung rausfinden. Okay eins ist Rem. Oh. Da oben ist Gott. Äh. Ja okay. Können wir irgendwie ausstellen, dass man äh... hätte dann noch hört... Also dass die ähm... Ferbedienungen Geräusche machen, das nervt nämlich bestimmt. Meine macht kein Geräusch, glaube ich. Doch. Hat die doch gerade? Hast du gehört. Lääääääääääleäääääääääääääääää. Okay, hab ich nicht gehört. Ich glaub, das können wir im... Im Raum-Menü ausstellen. Ja. Aber irgendwann deine Machtverweichung. Das war deine! Okay. Ich komm grad nicht an die Machtverweichung. Ich find das schwieriger mit ner Fernbedienung zu spielen. Ist wesentlich unpräziser. Ist auch. Ah, hier weiß ich noch was. Ich lass den Gamer mal eben herkommen. So, hier. Da. Ja, Münzen. Ja, Münzen sind jetzt nicht so voll weiß. Ja, deine... Mach die ganze Zeit Geräusche, deine Fernbedienung. Die wir uns immer hier abwechseln. Wir sammeln übrigens hier jetzt nicht die 100%. Ja. Dafür bin ich nicht lang genug hier. Ja, das schafft man nie und nimmer. Es sei denn, wir besuchen uns irgendein Geid raus, wenn wir erstmal das Hauptspiel nicht haben. Ich hab in meinem eigenen Spielstand alles in der ersten Welt schon gemacht. Also hier wüsste ich noch. Sehr nett. Sollen wir hier auch so eine Challenge machen, wer von uns am Ende mehr Leben hat? Von mir aus. Oder werden wir... Oder werden wir... Solange es nicht darauf hinausläuft, dass wir uns wirklich aktiv irgendwo runterschubsen. Oder wer mehr Gegner... Oder wer mehr Gegner... Halt Gesicht... Äh... Also mehr Endgegner. Wir gleich. Du musst übrigens die... Wee-Mode noch... Wo oben... Alter! Du wurdest verrissen. Alter, du hast mich grad fast getötet, aber dann bin ich noch auf so ein Eichhörnchen gefallen. Okay. Was ist das? Ich lass dich nicht sterben. Ich lass dich nicht sterben. So. Nein, das hätte ich noch tun sollen. Ah, ich mag da nicht mit dem Geräusch. Dann müssen wir aus, machen wir demnächst. Okay. Machen wir also zur nächsten Folge. Ja, die Folge geht hierher jetzt noch ein bisschen. Jo. Oh yeah. Da gibt's, glaub ich, soweit ich weiß sogar ein Secret Exit. Kann ich dich eigentlich irgendwie aufheben? Einfach wackeln. Kannst dir eins nehmen. Kannst dir auch zwei nehmen. Du bleibst bei der. Jo. Ich hab so'n Teil lieber. Ich hab so'n Teil lieber. Man kann dich dann wieder am Kali festhalten? Jo. Wie die Eichhörnchen. Flughörnchen. Okay. Übrigens, ihr braucht uns nicht reinschreiben, weil's wir da irgendwelche Probleme mit dem Sound haben. Das wissen wir selbst. Weil wir gucken das auch nach. Mist, 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 Mist. Ja werf mich halt weg. Ich hätte jetzt den Spring-Sonder-Typ in meiner Decke genommen. Hätte ich jetzt nicht gestorben. Ich weiß, dass ich oben landen muss. Ich hoffe, dass neue Münzen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Außer wenn ich mehr Leben haben will, als du, was ich sowieso habe. Wenn wir Münzen einsammeln, kommen wir doch gleich für neue Leben dazu. Ja, aber ich habe immer noch dann mehr Leben, oder nicht? Na, stimmt. Alter, töte ich hier noch nicht. Das war der Richtige. Können wir nicht irgendwie in der Bubble gehen und dann einfach so dem anderen Leben fliegen? Ja, komm. Ja, ja, helfen Luigi. So, was war das? Hui! Alter, ich kann nicht so gut springen hiermit. So, ich über das Thema die Fahne, damit du auch los bist. Aber wir haben alle schon gesehen, dass ich besser spiele mit dem Wii U Gamepad. Zum Beispiel bei dem Super Mario Maker. Dringend! Der kommt doch zu dir! Du musst wackeln. Ja. 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 Du hast lieber gedacht, tippst du nicht. Oh. Kommt der besser auch bis zu mir hoch? Oh. Komm, 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 komm. Auch Manu. Danke. Jetzt sterb halt einfach. Hier oben ist der... ...Zug wird wechselt. Okay. Den habe ich erst gar nicht gefunden. Okay. Den hätte ich erst recht nicht gefunden. Er hätte überall einen Panzer dafür gebraucht. Wir müssen sowieso nochmal in das Level gleich. Okay. Ich gehe dann mal hier weiter. Okay. Kannst du ja mal in der Zeit daraus finden, wie man die Blase macht. Ah. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, das direkt neben das Steuerkreuz zu setzen. Ah! Ja! Kannst. Gib mir weg mit deiner großen Zahl. Oh yeah! Je mehr Nullen du da hast, desto mehr bist du auch eine Null. Wie hey. Ich habe dir nicht geholfen. Scheinbar doch. Das wollte ich schon immer. Okay. Okay, wer hat den Regenbogen dahin gemacht? Welchen Level machen wir zuerst? Wir müssten ja denselben nochmal machen, wenn wir den jetzt... Also hätten wir keinen neuen Level gemacht. Ja. Andererseits, wenn wir den anderen jetzt nehmen, würden wir eine Abkürzung nehmen und dann eher zum Ende kommen. Ich würde mal sagen, zumindest jeden Level normal durchmachen sollten wir. Ja. Ja. Ja, da gab es irgendwo ein Geheimnis in der Ecke. Keine Ahnung. Ja. Mmmh. Das Level. Das war ein bisschen blöder, als ich den nur ein Prozent machen wollte. Da einmal. Das ist meins. Wenn man übrigens die Controller zum Theater hört, Sie sollten nicht so schnell hier durch, vor allem deswegen. Nein! Oh, diese Kontrolle. Wir wollen das hinten nicht mehr Kontrolle, das sind Fernbediener. Ey! Jetzt nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Warum machst du das? Das war an Versehen, okay? Jetzt sind wir beide klein, toll, danke. Sorry. Und jetzt kriegen wir auch keine Feuerblume. Jetzt kommst du einfach nur noch so enthauptet hier rein. Doch, wir kriegen noch mal, weil wir zu zweit sind. Jaaaa, nein, 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 nein. Alter, der geht mir viel zu nahe. Die sollten wir wirklich nicht so durch. Sicher? Jaaaa, nein, 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 nein. Jetzt dürfen wir zwei hier rauskriegen. Ja. Ich glaube, die werden schlimm, wenn wir jetzt einfach nichts dagegen tun. Wollen wir sie jetzt alle abschlachten? Das ist ein bisschen drastisch. Okay, nein, nein, nein. Ich bin mir zurückgezogen. Lass mich durch! Lass mich durch! Es ist zu lahm, wenn er nicht... Ach... Mir zählt, mir! Bring mich einfach hier raus! Das ist die Hülle! Unter Wasserräder sind immer die Hülle! Ich schieß den Energy ab! Die Hülle! Die Hülle! Die Hülle! Brauchen wir nie unbedingt! Wenn wir sie so offensichtlich sehen, kann man sie ja nicht nehmen! Oh nee! Ich hab' die Hülle! Der ist wesentlich einfacher! Mit einem Ganzen? Ja! Ja! Neh' ich was zum Draufdrucken dabei! Ja... Wie du einfach komplett den... Die Regeln hier missachtest und einfach so links rum gehst, obwohl man rechts rum muss! Entschuldigung! Darf man nicht andersrum? Ja! Ja! Die ist auch hier! Wie du... Ja! Sollten wir uns auch beeilen, weil das Zeit damit läuft gleich ab! Ich wüs' nicht! Ich schon! 30 Sekunden noch! Ich seh's! Sicher? Ja! Immer mit dem Punkt nach Punkt zuerst! Ah! Nein! Geh' alles zurück! Ja, wow! Hat sich voll gelohnt! Und da du allein schon dafür genauso viele Punkte kriegst, wie ich auch wohl unter mir bist! Oder was? Wenn nicht auch! Immer diese Regenbogenwelt! Und das ist dann jetzt eine Abgrössung der späteren Welt, oder? Ja! Okay! Würde ich aber vorschlagen, wir nehmen den normalen Weg! Ja! Vor allem, weil das jetzt erstmal eine Minute dauert, bis wir da hinten angekommen sind! Und ich hab' jetzt keinen Bock dafür, extra eine Minute vom 25 Minuten Fahrrad auszulassen! Okay! Ja, schön, dass ich im Universe was posten kann! Sogar der Peter hat was gepostet! Unglaublich! Der hat's endlich geschafft, das zweite Level zu kriegen! Äh... Ja! Wow! Ja! Ich hab' das einzige Spielfeld, das ich jemals was im Universe gepostet hab' war, Splatoon! Oder? Ja, ich glaub' ich hab' ja was zu machen, gerade gepostet! Bin ich mir aber wirklich sicher! Das hat vollkli schon im Universe gepostet! Best Match-Boss hab' ich zum Beispiel, als ich mit irgendwem gewonnen hab' So, jetzt machen wir's nochmal richtig! Alles klar! Ja... ...hinein ins Skifernbergwerk! ...hinein ins Skifernbergwerk! ...hinein ins Skifernbergwerk! Das muss richtig sein! Ach komm! Wenn du die tötest und trotzdem davon... ...zerstörfest! ...hinein ins Skifernbergwerk! ...hinein ins Skifernbergwerk! Ja komm, ein erreicht! Nicht so gierig! Läuft hier der Pussel weh. Okay, doch, dann wird's auch. Wieso ist da jetzt ein Pussel weh? Einfach hier halt runter. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Eins. Was man nicht alles herausfindet. Ich glaub, da war ich schon. Warte, das glaub ich nicht. Ich seh nix, da ist das Mikro im Weg. Da ist ein Powerball rum. Ja, das seh ich. Wow, was ist denn das? Du hast dir erstmal die Hand da so richtig rein. Ja, okay. Ich sollte die Fernbehnung vielleicht von der Welt schreiben. Okay. Oh. Einfach noch. Böhm. Ich seh nicht, wo das reingeht, da in die Röhre. So, und da vorne ist die Tarnia-Franze. Du kannst ja im Zweifelsfall aufs Gamepad schauen. Ja, könnte ich. Aber dann hört man sich, glaub ich, nicht mehr so gut. Ah, Mist. Hier könnte man nämlich, äh... Warte, ich teile uns meine Feuerballe so, dass ihr genau auf das Ding drauffallt. Nee, geht nicht. Darum geht's ja nicht. Guck mal hier. Oh. Ich da einfach direkt so magnetisch ranspringe. Ähm... 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 Oh, schieß mich weg. Pfff... Nämlich doch. Ich glaub, du bist vor mir nach unten gefallen und deswegen ist das jetzt schneller nach unten gegangen. Okay. Ähm... Ähm... Pfff... Was ist das letzte bisschen? Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Ich mach halt einfach mal, dass wird da stehen, ne? Ja. Ich mach jetzt nicht mehr in den Abgrund rein. Ja, das stimmt. Ja, da sind wir doch eben... Also, da bist du eben runtergekommen. Ah, ja, ich erinnere mich. Ja, ich lauf immer gegen die nächste Wand. Er hat's da, nur weil du größer bist. Ja. Hey, das passt ja so rum von der Größe. Ach nee, du bist zwei Köpfe größer als ich. Ehe nicht? Nicht, wenn du sitzt. Stimmt. Im Miiverse posten. Ja, dankeschön, mach ich jetzt mal. Was schreiben wir da denn mal hin? Höh... Geht gut. Ihr Noobs... Könnt nix. Get rekt. Ich glaub, rekt schreibt man ohne C. Scheiß drauf. Ich schreib's, wie ich's will. Ja, das senden wir ab. Das könnt ihr leider nicht sehen. Das sieht man nur auf dem Gamepad. Aber scheiß drauf. Jo, ich schreib mir mal ein neues Kaffee an. Ja, ja, Kaffee. Das passt perfekt zum Super Mario. Äh, wie du... Ja. Vor allem wird er alles anziehen. Dann pass mal auf, wo... ...wo tun wir den Bowser rein. Äh... Sternesmitte. Und Bowser ist links. Und deswegen ist es scheißegal. Wir können einfach... So. Okay. Ja, lass mich halt einfach durch dich fallen. Ey, was hast du abgenommen oder was? Yeah. Zwei... ...items, die wir wahrscheinlich nicht gebrauchen können. Ja. Ich weiß noch, bei Super Mario Bros. Reader hatten wir am Ende irgendwie 28 Mal jedes Item und so einfach ungenutzt. Da war das aber noch besser mit dem... ...inventar. Ja. Ja, ich bin viel, viel cooler als du. Du kannst zwar 420 Blazid machen, aber ich bin Ice Cold, Digga. Ich soll das ja echt über... ...wird schon hängen. Also ich nehm den Lift. Ich nehm die Münzen. Ich seh halt einfach nicht, wo ich hinspringe. Echt? Ach so, ich springe, springst du gut. War ja klar. Sollen wir uns da rübertragen? Ja. Soll ich dich einfach da hochschmeißen? Schmeißen wirst du nicht können. Du musst, äh... ...so. ...komm du. Komm, du. Oh, komm. Oder wir nehmen den Block. Jetzt auch, dass du mich zerquetscht spürst. Ja. Weiß ich, hier stürmst du wenigstens nicht so wie bei New Super Mario Bros. 2. Weil da zu wenig Platz ist. Ja, das ist jetzt nicht wert. Komm schon. Kann man so angehen, so. Ja, ich kann alles vergehen. Und ich krieg einfach was für nichts tun, oder was? Das war die Rache für vorhin. Ich hab's vergessen, du stürmst, weil du eh gehst, oder? Ja, ich weiß. Alpwasser richtig... ...betroffen. Oh. Hättest du, äh, also wärst du jetzt nicht aufgeplatzt? Ich wär bestimmt noch irgendwie rausgekommen. Okay. Ich hab, ich hätt gehackt. Hm, du hättest halt Turm nur. Wollen wir vielleicht die Folge wählen? Nee. Okay. Erst, wenn wir das Level haben. Hey. Was machen wir hier im Kopf für Formation? Ich hab keine Ahnung. Ja, hey, du. Weiß ich. Ich weiß, wer ich bin. Hey, du. Ich muss auch meine Rache bekommen. Okay. Ich geh da mal hoch. Oder auch nicht. Wann. Du nimmst also den schweren Weg. Ja. Obwohl, ich weiß nicht mal, ob deiner überhaupt schwierig war. Deiner war einfacher, weil das war Wannsport. Mist. Du darfst die Frage haben. Woher kommen eigentlich diese random Pilze? Aus dem Nichts. Von einem, äh, wohltätigen Spender. Ah. Immer wenn jemand dem Video einen Daumen hoch bekommt, dann bekommen wir den Pilz. So läuft das. Ich wollte gerade bei den Aumen hoch machen. Wolltest du mich auch nicht schmeißen, oder was? Ja, ich hab'n gekriegt. Ja. Das war zu einfach. Komm, ich will ne richtige Challenge. Einfach. Dann würde ich jetzt aber sagen, das war's mit dem ersten Part New Super Mario Brothers You. Heißt das Spiel, oder? Ja. New Super Mario Brothers You. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschööö. Da warte, ich will aber noch lesen. Was hat die da hingeschrieben? Nick. N-I-C. Nick. Und dort unten hat Gishi hingeschrieben. Vorsicht! Im ersten Level. Ja, okay. Tschöö für ihn. Ja gut, dann würde ich sagen, tschööö. Tschööö. Esvane bünen,